Miau Guten Tag everybody und willkommen zu diesem Video. Heute habe ich einen random Vlog slash follow me around für euch. Ich habe zwar in einem etwas aufwendigeren Video gedreht, bin aber nicht zum Schneiden gekommen. Auf jeden Fall war ich am Donnerstag in Köln auf der Medienmesse, die hieß Traumberuf Medien. Und danach war ich mit ein paar Leuten noch in der City und das war auf jeden Fall echt nice. Seht ihr jetzt? Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Jo, das waren die Bilder von meinem Tag in Köln. Das ist gerade mein Word of the Week. Falls das überhaupt ein Wort ist, ich weiß es nicht. Und ja, aber nachher in der City, bisschen in der Stadt rumlaufen, bisschen shoppen, war auf jeden Fall echt cool. Und jo, sonst war diese Woche eigentlich nicht viel los. Ich habe mir endlich mal meinen neuen PC bestellt, weil ich von meinem jetzigen PC so slightly die Krise kriege, wenn ich irgendwie die Videos in meinem Schnittprogramm asynchron abgespielt bekomme oder wenn es ganz hängen bleibt, wenn es neu laden muss, wenn das Programm absteht und mein PC kommt einfach voll nicht mit diesem Programm klar bzw. voll nicht mit dem klar, was ich von ihm verlange. Und ich hätte den bei so manchem Videoschnitt am liebsten kaputt getreten. Und damit mein Stresslevel ein bisschen sinkt und ich ein bisschen mehr was wieder am schneiden habe, habe ich mir einen neuen PC bestellt, der in einer Woche oder so hoffentlich ankommt. Ich hoffe, dass es meinen Erwartungen genügt. Hier meine letzten beiden Videos und ihr dürft abonnieren, wenn ihr wollt. Okay, man sieht sich im nächsten Video. Bis dahin. Hasta luego.